Du solltest mal ein paar Turniere spielen. Hör auf, mich unter Druck zu setzen. Dann spiel doch irgendwo ein Turnier ohne irgendwen, den du kennst. Das ist doch scheißegal. Bitte bedräng mich nicht, Hadeland. Nee, mach mal, wie du willst. Moin, Kulage und... Hadeland hier, wie schön, dass ihr dabei seid. Moin. In dieser halben Stunde widmen wir uns dem Thema Haushalt. Und da wird euch Hadeland eine dramatische bis tragische Geschichte erzählen. Im Kampf gegen ein Backblech. Allerdings. Dann geht es ein bisschen in den privaten Bereich von Kulage. Kulage und sein Schwiegervater haben nämlich ein Kommunikationsproblem gehabt. Das ist noch nicht mein Schwiegervater, aber vielleicht. Ja, bald. Da geht es um sie und du. Und wir werden in einer einzigartigen Enthüllungsstory euch endlich mal hinter die Kulissen des Mittelfinger-Mittwochs führen. Und da sind wir so ehrlich wie noch nie und decken etwas auf und enthüllen etwas, was ihr so vielleicht noch nicht wusstet und ahntet und euch nicht vorstellen konntet. Also ich habe geweint. Viel Spaß. Von Montag bis Freitag moderieren sie die Morningshow bei Enjoy. Hier hört ihr, was ihr im Radio nicht gehört habt. War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland. 2, 5, 3, 5, 3, 1, 2, 0. Zero. Countdown können wir, ne? Glaubst du, dass dieser Countdown bei Raketenstarts aufgezeichnet ist? Weil die auf Nummer sicher gehen wollen, dass der Typ oder die Frau sich nicht verspricht? Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass da jemand sitzt. Weil wenn die den Start abbrechen müssen, dann glaube ich, sagen die dem Abbruch, Abbruch und dann hört er auf. Weil da sagt er dann am Ende auch so die berühmten Worte Ignition, Sequence, Start. Oder so. Stimmt. Aber man könnte ja auch auf Stop drücken dann, ne? Bei dem Band oder bei der Aufnahme. Aber das würde sich doof anhören, wenn er gerade sagt, 3, 2... Ja, das wäre doch scheißegal. Ich glaube, das ist ein Job. Also es gibt jemanden bei der NASA, der arbeitet als Countdowner. Ja, aber das ist ja nur ein einmaliger Job. Also... Ja, immerhin. 450 Euro Job oder 520 oder wie viel das jetzt ist. Dollar. Aber dann hat er den einmal in den 50ern gemacht, als die erste Rakete gestartet ist. Oder in den 60ern. Und seitdem... Macht er das so alles... Dann nehmen wir das Gleiche. Ich meine, dann wäre es ja eine Aufnahme. Du hast ja gesagt, der ist live. Ja, genau. Deswegen sage ich ja. Ich glaube, es ist live. Da sitzt jemand in so einer eigenen Kabine. Der lebt da auch. Der lebt die ganze Zeit. Der hat so ein Feldbett und einen Kühlschrank. Überall Zahlen an der Wand. Und überall Zahlen, sodass er die Reihenfolge nicht vergisst. Ja. Und dann muss der auch üben. Der trainiert auch. Also der geht einmal am Tag, geht da raus mit so einem Trainer. Der ihm da die Zahlen hinhält. Auch mal in unterschiedlicher Reihenfolge, um ihn zu verwirren. Und dann muss er aber in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und er muss dann in der Liegestütze machen und muss die Zunge trainieren. Und solche Dinge. Und... Der träumt bestimmt schlecht, dass er das dann mal verkackt. Das Problem ist, Schäfien zählen geht ja nicht bei ihm. Weil wir zählen ja immer hoch. Und er kann nur rückwärts. Er kann nur rückwärts. Das heißt, bei ihm wird immer ein Schaf weniger beim Einschlafen. Das ist auch problematisch, ne? Aber das ist doch immer ein Schaf weniger. Oder kommt immer ein Schaf dazu, wenn du Schäfien zählst zum Einschlafen? Ist das nicht so, dass man... Naja, ganz ehrlich, Adlern zählen. Wie funktioniert das normalerweise? Das wird ja immer eins mehr, ne? Stimmt. Also zumindest habe ich das so in der Schule gelernt, aber vielleicht war es auch eine verkehrte Schule. Nein, das ist auch... Es ist eigentlich immer nur ein Schaf, was über den Zaun springt. Nee, also bei mir stehen... Das läuft immer... Es springt einmal über den Zaun, geht dann durch die geöffnete Pforte wieder zurück auf die Wiese und springt dann wieder über den Zaun. Nee, nee, nee. Hundertprozentig. Nee, bei mir ist es so, auf der einen Seite steht so eine Schafherde und auf der anderen Seite steht so eine Schafherde und jeweils ein Schaf geht dann immer über den Zaun und gesellt sich zu den anderen. Also dann steht am Anfang auf der einen Seite eine Schafherde und auf der anderen Seite keine Schafherde. Genau. Und am anderen, am Ende des... Also wenn du eingeschlafen bist, steht auf der einen Seite die ganze Schafherde und auf der anderen Seite... So weit bin ich noch nie gekommen. Wie weit? Machst du das? Schäfchen zählen zum Einschlafen? Du meditierst doch immer. Nee, nicht beim Einschlafen. Ach so. Meditieren mache ich morgens zum Aufwachen. Also ich schlafe und dann meditiere ich und dann werde ich wach. So, das ist... Zählt man Schäfchen? Wer macht denn sowas? Gibt es sowas? Und vor allem Schafe. Ich weiß nicht, wer ist auf die Idee gekommen, Schafe zu zählen? Man könnte doch in Norddeutschland das Nützliche mit dem Praktischen verbinden und Robbenbabys zählen. Das muss doch sowieso gemacht werden. Oder Vögel. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es Schafe sind, weil Schafe langweilig sind. Oh, ich glaube, damit machst du dir richtig viele Feinde unter Schäfern und unter Schafen. Und weil die alle gleich aussehen. Du kannst ja mal... Oh, jetzt wird es dünnes Eishadland. Also jetzt wird es richtig gefährlich. Das ist Tierrassismus. Die sehen nicht alle gleich aus. Es gibt auch unterschiedliche. Schafe sehen... Gibt mal so einen Schäfer. Frag mal so einen Schäfer. Rassismus wäre es ja, wenn ich gesagt hätte, das eine sieht doof aus. Aber wenn ich sage, sie sehen alle gleich aus, ist das doch kein Rassismus. Ich weiß nicht. Na gut, okay. Also es ist auf jeden Fall, wenn du einen Schäfer fragst, der kann, glaube ich, alle seine Schafe unterscheiden. Wäre eine Sache für Wetten, das? Ey, ganz ehrlich, wir sind jetzt viereinhalb Minuten abgedriftet. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt. Hallo. Oh, danke. So, das war's. Ja, neue Woche KW14. Wir sind im April. Und auch hier gibt es natürlich die Woche mit Kulag und Hadland. Der einzigartige, oft kopierte und doch niemals erreichte Wochenrückblick. Und diese Woche wird es wirklich interessant. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe Feedback bekommen zu unserem Podcast letzte Woche von Klaas. Klaas hat mir über Instagram geschrieben. Häuferumlauf? Nee, ein anderer Klaas. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil vielleicht will er es nicht, dass ich seinen Nachnamen nenne. Das ist die Folge Das Wunder von Eimsbüttel gewesen. Wobei ich habe ihn auch schon bei Instagram verteckt, von daher. Also Klaas S. schreibt, Moin, ich habe mich wieder gut amüsiert bei eurem Podcast. Dankeschön, Klaas. DJ Eugene hatte mir auch bei Instagram geschrieben und schreibt, ich höre gerade den letzten Podcast. Einfach witzig. Ich dachte, dass ich viel Blödsinn im Kopf habe. Ihr toppt es definitiv. Wie kommt dann darauf? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass wir sehr vernünftig miteinander reden, wie man gerade an dieser Schafdiskussion eben merken konnte. Ich hänge noch total an Eugene. Ist nicht einer aus The Walking Dead, heißt der nicht Eugene? Der so ein bisschen... Nee, das wüsste ich, weil ich habe ja die erste Folge geguckt. Da war der noch nicht dabei. Ich glaube, der heißt Eugene, der eine, der so schlau ist. Egal, weiter. Ja, das war's. Vielen Dank. Grazias. So. Prego. Neue Woche, neues Glück. Ich bin gerade dabei, die ganzen Sprachen durchzugehen, die ich habe. Grazias habe ich gesagt. Merci, Französisch. Thank you, Englisch. Auf wie viele Sprachen, verschiedenen Sprachen kannst du Danke sagen? Auf allen. Nee, sag mal bitte. Nee, also danke auf Deutsch. Grazias ist Spanisch. Merci ist Französisch. Wie geht denn das nochmal auf Italienisch? Wie mache ich das? Grazie. Grazie, mele Grazie. Also das auch. Tak ist Dänisch. Dann hört es auf, glaube ich. Wenn du mir jetzt noch 15 anfasst, ist es Russisch? Du kannst auch Russisch. Spasiba. Okay. Auf Polnisch ist es Cenkuje. Muss man das auch so betonen? Cenkuje. Zumindest macht das meine Schwägerin so. Okay. Cenkuje. Dann hört es auch schon auf bei mir. Okay. Wer weiß ich nicht. Ein Sprachenpodcast wird das hier nicht. Nee. Gut. Hangeln wir uns mal so ein bisschen durch die Woche, ne? Ja, sehr gut. Los geht's. Montag. Ja, wo war denn der Hadeland? Wann da am Montag? Ja, ich hatte drei Tage frei. Montag, Dienstag, Mittwoch war ich nicht da. Und? Ja, ich bin ein bisschen ausgeschlafen. Und ich hatte, ich musste eine, es war sehr... Also da hattest du Urlaub. Ich hatte Urlaub. Es waren sehr emotionale drei Tage für mich. Mhm. Willst du wissen, warum? Naja, ich meine... Also ich habe mich getrennt. Von was? Von meinem Elternhaus. Schon wieder? Wie schon wieder. Also gefühlt? Nee. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Nee, das ist das andere Mal. Das war jetzt das schlimmste Mal. Ich habe... Also mein Papa ist ja gestorben von einem Jahr ungefähr oder bis im März im Jahr. Und dann habe ich ja mein Elternhaus ausgeräumt und jetzt habe ich es verkauft. Ach so. Gemeinsam mit meiner Schwester. Und das war schon emotional. Deswegen war ich drei Tage nicht da. Wir mussten auch noch ein bisschen was wegräumen und so und das alles vorbereiten. Und am Mittwoch war der Termin beim Notar und das war dann schon emotional. Wobei die Tomate... Diese Notartermine sind ja eher so... Ja, der Termin an sich, das ist nicht spektakulär. Da sitzt der Notar oder in diesem Fall war es eine Notarin und liest das ganze Zeug vor. Aber trotzdem... Kriegt dafür sehr viel Geld. Und der Punkt ist... Ja, der Punkt ist halt, dass es trotzdem ein... ein Abschied war. Ein finaler Punkt sozusagen. Etwas hinter sich zu lassen. Und das war nicht einfach. Bumm. Scheiße. Ja. Ja. Was machen wir jetzt damit? Nix. Also... Nix ist so. Gut. Du hast gefragt. Ja, naja, klar. Also ich... Ich muss da auch nichts zu sagen. Das ist... Also für mich war... Also für meine Schwester und mich ist das halt schon ein Meilenstein gewesen, weil wir mit Sachen abschließend Erinnerungen werden immer bleiben, aber trotzdem ist es was anderes. So. Und was gut ist, ist, dass das eine nette, kleine Familie gekauft hat. Das heißt, da ist wieder Leben in der Bude und das ist gut so und wir haben uns die Leute selber ausgesucht und das ist alles gut. Scheiße. Es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht so einen Downer machen, aber es ist... Ehrlich gesagt, ich finde das ja so irgendwie, wenn das jetzt weitergeht von Hand in Hand und das quasi so weiterlebt, dann ist das ja auch ein bisschen was Tröstliches, ne? Ja klar, aber das ist so, trotzdem, man kann da nicht mehr hin. Also es war ja sowieso nicht mehr so, die ganzen Möbel waren draußen, aber trotzdem ist es so, wenn man dann nochmal durchgelaufen ist, man hat alles überall noch gesehen, an jeder Ecke hängt eine Erinnerung und überall kommt irgendwas wieder in einem hoch und das wird halt jetzt nicht mehr so sein, das ist aber auch so das Leben und da muss man mit abschließen und das ist ein Prozess und das ist auch okay, finde ich, das muss man auch zulassen können und so und deswegen war ich halt Montag, Dienstag und Mittwoch nicht da. Ja, dann schalte dich doch einfach dazu, wenn wir mit dem Donnerstag weitermachen. Ich habe natürlich Montag und auch was mitbekommen, ne? Also zum Beispiel, ich war ja in Niedersachsen und da gibt es ja keine Maskenpflicht mehr. Das ist mir auch aufgefallen. Und das fand ich schon krass, weil wir waren nämlich in einem Restaurant. Ich auch. In Niedersachsen? Das ist crazy. Am Montag? Nee, am Dienstag. Und du gehst rein und erst mal bist du natürlich so, darf ich jetzt, darf ich nicht. Einige lassen sie auf, andere nicht, aber die allermeisten machen es nicht. Ja, ich habe sie aufgelassen. Also als ich da auf Toilette gegangen bin, hatte ich sie aufgelassen und alle haben mich doof angeguckt. Fand ich schon komisch. Ja. Also nicht alle, aber das war das Gefühl so. Ja. Ich glaube, das wird noch häufiger passieren so. Also in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist ja noch Hotspot-Regelung. Das heißt, da ist nach wie vor Maskenpflicht, aber in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist das nicht mehr. Ja, muss man sich, vielleicht ist das auch ein ganz normaler Prozess, dass man sich da so langsam wieder mit abfindet irgendwie. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das jetzt so nützlich ist für den weiteren Lauf der Pandemie, aber jeder kann ja freiwillig weiterhin Maske tragen. Also deshalb. Ich freue mich nur irgendwie so, was es dann bringt. Also weil, wenn ich jetzt irgendwie am Tisch sitze im Restaurant, eineinhalb Stunden mich unterhalte, am Nachbartisch sitzen Leute ohne Maske und so, der ganze Raum ist voller Aerosole. Aerosole. Und dann stehe ich auf, gehe zur Toilette und setze die Maske auf. Also das ist... Ja gut, das stimmt, aber ich saß mit meiner Schwester so ein bisschen alleine, aber du hast natürlich recht, das ist irgendwie Quatsch, weil diese Plexiglasscheiben waren komischerweise noch da zwischen den einzelnen... Ja, die sind ja auch total sinnvoll. Die auch total hübsch sind. Ich meine, wenn jemand da jetzt sich den Raucher da hinsetzt und man könnte den Rauch verfolgen, ob der wohl an der Plexiglasscheibe Halt macht und nicht darüber geht? Das ist ein bisschen bekloppt. Aber na gut, ja, ich fand das ungewöhnlich, aber es ist halt Thema gewesen, Montag, Maskenpflicht endet und ja. Ja. Es ist trotzdem irgendwie, für mich ist das so, ehrlich gesagt, ich habe das nicht so groß auf dem Schirm, weil gefühlt ist es doch so seit zwei Jahren so, dass dann passiert mal hier was und dann da was und wenn du mit dem Auto durch Norddeutschland fährst, musst du sowieso erstmal auf irgendeine App gucken, wo jetzt was gilt und wenn du hier raus aussteigst und in einen Café gehst, gilt das und wenn du da aussteigst, gilt das. Hier darfst du dich mit zehn Leuten treffen, dann nur mit einer, dann mit hundert. Es ist irgendwie, haben wir uns doch daran gewöhnt, dass es überhaupt nichts Einheitliches gibt, ne? Ja. Und keiner weiß, was passiert. Ich meine, guck dir, ich glaube, Österreich ist es an und Frankreich, die haben mittlerweile wieder so hohe Zahlen, dass sie die Maskenpflicht schon wieder eingeführt haben. Also ich traue dem Frieden noch nicht so richtig. Ich auch nicht. Naja. Naja, mal gucken. Also das war auf jeden Fall ein Thema. Was habe ich noch mitbekommen am Montag? Dass die Grammys verliehen worden sind. Das habe ich irgendwie im Radio gehört. Und das war's. Ja. Wir haben in der Show, als du nicht da warst, noch darüber geredet mit unseren Hörern. Und das hat sehr großen Anklang gefunden, dass die Lebensmittelpreise ja so steigen und was die Hörer machen, um mit diesen erhöhten Kosten umzugehen. Und das war teilweise wirklich erschreckend, weil uns einige erzählt haben, ja, wir sind vier Leute, haben Hartz IV und wenn da jetzt das Brot und die Milch und das Fleisch da jetzt ein Drittel mehr kostet oder so, oder 20% mehr, dann, dann haben wir das nicht. Das können wir nicht bezahlen. Ja, scheiße. Das ist echt hart und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mir überlegt habe, wie kann man denn jetzt eigentlich so die Kosten sparen? Also, ich habe mir überlegt zum Beispiel, dass ich mein geliebtes Hummus selber mache. Ich kaufe das ja in meinem Supermarkt und je nachdem, wo man einkauft, ist das ganz schön teuer. Warte kurz, du bist ja hier der Koch in der Runde. Hummus ist doch so Kichererbsen-Mousse, ne? Ich nenne das immer Kichererbsen-Nutella. Dann kaufst du Kichererbsen in der Dose oder was? In der Dose und dann kommt da so ein bisschen, ich habe mir jetzt erst mal ein Rezept ausgedruckt und will das jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Also Kichererbsen ist relativ einfach. Alle sagen immer, es ist total einfach und man spart wahnsinnig viel Geld und du kaufst nie wieder Hummus selbst. Das heißt, du machst es nur noch per... Okay. Solche Sachen zum Beispiel. Aber das fand ich echt hart, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo sich ganz viele Menschen auf einmal wieder Gedanken darüber machen müssen, was sie im Supermarkt einkaufen können und was nicht. Das ist hart, finde ich. Ja, das stimmt. Also, das ist ja der Einstieg in den Podcast. Wir sind jetzt zehn Minuten dabei und es sind wirklich nur absolute Hart-Themen. Ist halt manchmal so. Manchmal ist es so. Ja, gut. Okay. Und hast du jetzt da rausgezogen, außer dass du deinen Hummus selber machst, wie du sonst noch sparen kannst? Weniger Fleisch essen? Selbst Gemüse anbauen auf deinem Balkon? Immerhin mein Basilikum-Topf lebt noch. Nichts dein Ernst? Doch, doch, doch. Das Wunder von Eimsbüttel. Das Wunder von Eimsbüttel. Ich muss ihn wohl demnächst umtopfen, habe ich im Internet gelernt. Ich folge da mittlerweile so ein paar Basilikum-Pflegeseiten. Basilikum-Influencer oder was? Ja, aber der Basilikum, das habe ich gesagt, der Basilikum wird immer zu eng getopft. Ah ja. So, das heißt, der braucht ein bisschen Platz. Das heißt, ich muss demnächst ein bisschen Kräutererde kaufen im Supermarkt oder im Baumarkt. Es gibt extra Kräutererde? Ja. Das ist eine ganz normale Erde, ist nur doppelt so teuer. Geh doch an den Spielplatz bei dir vorm Haus und nimm da so ein bisschen Sand mit. Und sag mal, hast du den schon mal probiert? Nachher ist das gar kein Basilikum. Doch, doch. Doch, doch. Hast du denn schon ein paar Blätter abgepflückt oder? Mache ich häufiger mal. Aber im Moment erfreue ich mich gerade mal so an seinem an seinem satten, saftigen Grün. Ansonsten habe ich am Montag noch eine schöne Geschichte, die ich bei Twitter verfolgt habe. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, war in Berlin und ist offenbar nicht ins berühmte Berghain reingekommen. Haben Sie ihn an der Tür nicht reingelassen? Er selbst behauptet, er ist nicht reingegangen, weil er irgendwie eine Botschaft an der Hauswand gelesen hat und dann entschieden hat, er möchte da nicht rein. So, ich halte das für eine etwas fadenscheinige Ausrede. Ich glaube tatsächlich... Was denn für eine Botschaft an der Hauswand? Ja, irgendwie eine Friedensbotschaft. Also am Berghain prangt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ein großes Friedenslogo oder irgendein Friedensspruch. So, Peace-Zeichen mit irgendwas. Sondern ich weiß nicht genau, was da steht, aber offenbar fühlte sich Elon Musk davon so ein bisschen provoziert oder herausgefordert oder in seiner Laune einfach nur beeinträchtigt und hat das angeblich entschieden, er geht da nicht rein. Ich glaube, der ist da nicht reingekommen, weil die Tür vom Berghain ist ja bekannt für ihre Willkür und für ihre Härte. Die lassen ja wirklich auch Leute rein, also Leute nicht rein, die in andere Clubs vielleicht problemlos reinkommen würden. Leute mit Prestige, Leute mit Macht, mit Geld, mit was weiß ich. Ich war da noch nie. Warst du da schon mal? Ich nicht, aber meine Freundin ja. Die war da schon. Und hast du mit der, der darüber gesprochen hat, die Tipps? Also ich will ja generell mal sagen, so wie ich das Berghain verstehe und ich verstehe es wirklich nicht, aber so was man so hört, wenn du keine Hose an hast, dann hast du eine gute Chance, da reinzukommen. Zum Beispiel. Sollte man meinen, aber so einfach ist es irgendwie auch nicht. Wie gesagt, es ist relativ willkürlich, wenn ich das mitbekommen habe. Keine Ahnung, man kann sich nie sicher sein, ob man reinkommt oder nicht. Aber ich will da auch gar nicht rein. Ich finde die Friedensbotschaft an der Wand total bescheuert. Ja, cool. Ja, das ist es. Das war dann auch schon der Montag hier. Ja, dann lass mal Dongen hier. Dienstag. Das war spannend. Wir haben in der Sendung darüber geredet, ob man nicht lieber alle Menschen auf der Welt einfach duzen sollte. Was ist deine Meinung dazu? So wie die Amis oder was? Obwohl das stimmt ja auch nicht, weil da gibt es ja die Höflichkeitsformel mit Ma'am und Sir. Aber das weißt du als Native Speaker ja sowieso. Naja, wobei, ja, das ist nicht ganz richtig, weil, weil, wenn du im Supermarkt bist, dann sagst du ja, can you give me the bla bla bla? Da sagst du ja nicht, also, da sagt ja keiner Ma'am. Also, das macht man ja wirklich nur im absoluten Ausnahmefall, wenn man, wenn man besonderen Wert darauf legt. Aber so im alltäglichen Umgang würde ja niemand, gibt es ja keine Sie und Du Form. Also, ob man jetzt alle duzen sollte, jetzt sagen wir mal, genau, im deutschsprachigen Raum. Also, mich würde es nicht stören, sage ich mal so. Also, ich habe überhaupt kein Problem, Leute zu duzen oder auch geduzt zu werden. Ich finde es eher ein bisschen befremdlich, wenn man nicht geduzt wird, was allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit häufiger vorkommt, dass ich gesiezt werde, was mich dann auch total nervt. Und geil ist auch, kennst du denn so eine Situation, wenn man, wenn man denkt, okay, cool, das ist ja noch so ein junger Typ. Ich hatte das neulich, er hatte Handwerker im Haus und dann kam so ein Lehrling und so und ich so, Mensch und so, super, dass ihr da seid, kann ich dir einen Kaffee machen? So. Und dann sagt er so, oh ja, gerne. Ja, was denn, was denn für einen? Also, wie magst du den denn? Und dann sagt er, oh, das fände ich total super, wenn sie mir einen geben könnten, wenn sie mir ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker reinmachen. Und dann denke ich so, jetzt sieht es der mich, ich habe den jetzt so frech geduzt, und dann sage ich immer, wollen wir uns nicht, wollen nicht du sagen? Also so. Also ich finde du besser als sie. Ja, aber ich habe auch gelernt, dass es Situationen gibt, wo so ein sie hilft. Also, weil man so eine Distanz aufbaut, die man braucht und die durch so ein du nicht gegeben ist, wenn du zum Beispiel beim Arzt bist. Und Frauen haben mir das ganz oft gesagt, irgendwie für sie ist es dann einfacher, zum Beispiel bei fremden Personen, Männern zum Beispiel, das sie zu benutzen, weil das sofort so eine Distanz, so eine Sicherungsdistanz liefert. Und wenn du da so ein du, bei einem du bist, dann hat das gleich so eine komische Vertrautheit, die in der Situation gar nicht gewünscht ist. Okay, kann ich nachvollziehen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen, ich dachte auch irgendwie so, ja, lass uns alle duzen. Aber dann habe ich gelernt, naja, vielleicht gibt es Situationen, wo man auch lieber sieht. Ja, und sie Arschloch sagt sich halt schwerer als du Arschloch. Das stimmt. Also Polizisten und Polizistinnen sieht man ja auch automatisch. Spricht du die standardmäßig mit sie Arschloch an? Nein. Achso. Ich wollte das nur wissen, also weil das kann ja sein. Ne, um Gottes Willen. Ne. Ich bin sowieso, was Polizei angeht, bin ich sehr obrigkeitshörig. Nicht nur, was die Polizei angeht. Hä? Wieso? Quatsch. Aber wie kommst du da drauf? Worauf? Auf dieses Sie und Du? Ne, wir hatten ein Call-in bei uns. Wir haben in der Sendung darüber gesprochen und da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und das war wieder faszinierend, weil man hat so seine Meinung und denkt, die ist jetzt gefestigt und dann kriegt man auf einmal eine andere Sicht auf die Dinge und dann muss man sich selber nochmal überprüfen. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist doch nicht so einfach. Also ich fände es auch besser, wenn wir duzen, aber ich bin auch jemand, der das Sie häufig benutzt. Also ich benutze das auch manchmal sehr gerne. Also die legendäre Geschichte, als ich meinem, ich will jetzt nicht sagen, Schwiegervater ins B vorgestellt wurde, aber dem Vater von meiner Freundin, da haben wir uns begrüßt im Flur und irgendwie in dieser Hektik des Klamotten ausziehen, Jacke ausziehen, bla bla bla, ist dann untergegangen, wie wir mit dem Thema umgehen. Und er hat mir offenbar das Du angeboten, ich habe es aber nicht mitbekommen. Achso, und du hast ihn weiter gesiezt? Und dann saßen wir die ganze Zeit am Tisch, nee, ich habe ihn nicht gesiezt, sondern ich habe gedacht, okay, vielleicht hat er mir das Du angeboten, hast du ihn nicht richtig mitbekommen. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr siezen, aber wenn ich ihn jetzt einfach duze und er nimmt das nicht so selbstverständlich, dann ist es total übergriffig. Das heißt, ich habe den ganzen Abend beim Essen, beim Schlürfen der, Suppe, die es dort gab, immer überlegt, wie formuliere ich die nächste Frage so, dass sie ohne ein Du und ein Sie auskommt. Das heißt, ich wusste, er hat in so einem großen Automobilbetrieb gearbeitet und ich habe dann gefragt, ja, was ist denn dort hergestellt worden? Solche Formulierung. Und meine Freundin guckt mich von rechts schon immer so total dämlich an, irgendwie Sandra sagt, wieso redet der so geschwollen? Das war so cool, aber was ist denn mit dir los, spinnst du? Und dann gucke ich zu ihm rüber, er guckt mich auch total merkwürdig an und ich wusste, das ist eine einzige große Blamage hier. Und anstatt dann zu sagen, so, ich kläre das jetzt mal ganz kurz, waren wir eigentlich beim Du oder beim Sie, habe ich das den ganzen Abend durchgezogen. Das wollte ich gerade fragen, hat sich das irgendwann erübrigt? Nein, nein, auf einem Hauseweg hat Sandra dann zu mir gesagt, sag mal, Entschuldigung, kann ich dich mal fragen, was mit dir los ist? Und ich wusste nicht mehr, ob wir uns duzen dürfen. Und er hat dich aber die ganze Zeit geduzt? Er hat mich geduzt die ganze Zeit. Okay. Ja, und jetzt treffe ich ihn demnächst wieder. Nun bist du ja kein kleiner Junge, du bist ja auch ein stattlicher Mann, sage ich mal so. Also wenn mich jetzt ein älterer Herr duzt, würde ich den einfach, glaube ich, zurückdutzen, oder? Es ist was anderes, wenn es der Vater von deiner Freundin ist. Also du willst nichts falsch machen, du willst ihn nicht respektlos behandeln und dann bin ich eher vorsichtig. Überhaupt ist es so, dass ich gegenüber, ich sage mal so Respektspersonen, im Sinne von, die sind älter, die können auf eine größere Lebensleistung verweisen als ich, dass ich denen gegenüber eher immer so ein bisschen, naja, vorsichtig bin und sie lieber sieze. Möge es mir mal bitte das Brot drüber reichen für meine Suppe. Ja, das Brot hier bei mir drüben wäre schön. zack her. Ja, okay, krass. Ja, aber mittlerweile seid ihr ja beim Du wahrscheinlich, ne? Oder gab es danach kein Treffen mehr? Danach gab es erstmal kein Treffen mehr wegen Corona. Achso, ich dachte, er hat gesagt, der ist so komisch, der will ich nicht mehr sehen. Der hat Hausverbot. Der ist ja, der Spinner, trenn dich bitte von dem. Ne, wir treffen uns jetzt an Ostern wieder und ich bin gespannt, ob das Spiel von vorne losgeht. Ich werde ihm, ich werde ihm das Sie anbieten. Ganz lustige Geschichte. Ich habe mal in einem anderen Kontext mit Leuten zusammengearbeitet, das ist aber richtig lang her und da war einer dabei, also wir haben uns da alle geduzt im Mitarbeiter, bei den, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich geduzt, auch mit den Chefs und so und irgendwann war der irgendwie mal sauer, weil er irgendwo nicht eingeladen war. Das hat er dann irgendwie mitbekommen und dann hat er sich das nächste Mal hingesetzt und hat gesagt, so, ab sofort möchte ich von euch wieder gesiezt werden. Oh Gott, das ist auch echt hart. Stell dir mal vor, das passiert. Da haben wir uns alle so weggeschmissen. Oh, scheiße. Wenn das meine Mama mal macht. So, Andreas, ab sofort möchte ich von dir wieder gesiezt werden. Oh Mann, okay. Herrlich. Ja, ansonsten am Montag noch eine gute Nachricht für dich als Camper. Wir sind doch schon Dienstag. Achso, Dienstag, ja, Entschuldigung, Dienstag, gute Nachricht. Das Campingportal camping.info, was du natürlich in- und auswendig kennst und natürlich überall abonniert hast, hat die besten Campingplätze der Welt oder der Europas prämiert und es sind drei aus Deutschland mit dabei. Auf Platz drei der Ostsee-Campingplatz Rosenfelder Strand in Schleswig-Holstein und auf Platz eins Weiß ich. Bestimmt. Meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern Campingplatz Kühlungsborn. Und der Kühlungsborner-Campingplatz ist wirklich ein Knaller, muss man sagen. Da war ich noch nie. Du bist ja auch eher so, du bist ja nicht so, also Ich bin nicht Ostsee, ich bin Nordsee. Du bist ja auch nicht so richtig der Camper. Also im Sinne von, bei Campen denke ich ja immer an an Zelt und Heringe und Vorzelt und so. Du bist ja eher so der Bulli-Bus. Glämper nennt man das, ne? Ne, Glamping ist ja nochmal was anderes. Was ist denn Glamping? Glamping ist, da fährst du mit dem Auto irgendwo hin und die haben wir alle schon aufgebaut und es sind so Zelte, die sehr, sehr groß und sehr, sehr komfortabel sind und da stehen auch richtige Betten drin. Also das sind wie Ferienwohnungen mit richtigen Betten als Zelt sozusagen. Ich dachte mir, Glamping ist so das mit dem, mit diesen groß ausgebauten Wohnmobilen und diesen schicken Campern und so. Kann auch sein, aber also ich verstehe unter Glamping tatsächlich nicht dieses mit Autos in den Autos schlafen oder so. Sondern das ist alles schon fertig und groß und da gibt es auch Frühstück und Mittagessen und so ein Zeug. Ich bin da mit dem Bus unterwegs und da war durchaus schon auf Campingplätzen. Also im Urlaub, wenn nicht da länger unterwegs sind. Wir waren ja in Schweden vor zwei Jahren. War das schon zwei Jahre her? Und da haben wir immer auf Campingplätzen gepennt. Aber dabei kann man in Schweden, dort gibt es doch das Jedermannsrecht, da kann man doch eigentlich überall stehen bleiben, oder? Ja, aber das funktioniert nicht mit meiner Frau, weil Hanna immer Schiss hat, dass irgendwo ein Verbrecher ist. Außerdem braucht sie eine richtige Toilette. Okay. Und die haben wir nicht. Wir haben nicht so einen komfortablen Campingbus, sondern einen Bus halt. Ich hätte gedacht, dass das so dein Kriterium ist. Meins. An der Übernachtung, dass es eine richtige Toilette gibt. Nee, ich kann überall. Also in der Natur geht's so. Der Trick ist nur, okay, soll ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern? Ich weiß nicht, wie unangenehm wird es auf einer Skala von 1 bis 10? Wir waren... Weil, ganz kurz, irgendwie verglichen mit dieser Segelgeschichte. Ja, das ist die, die ich jetzt erzählen wollte. Ach so, okay, ja. Die ist unangenehm. Ich höre mal, Trägerwarnung für all diejenigen... Die ist nicht unangenehm. Die doch, doch, das finde ich ein bisschen unangenehm. Ich erzähle sie nicht so unangenehm. Also für all diejenigen, die mit, ich sag mal so, mit Fäkalhumor vielleicht Schwierigkeiten haben. Will ich jetzt kurz wegschalten? Nee, das überhaupt nicht. Also folgende Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt die gleiche Geschichte machen. Ich war mal mit meinen Kumpels Segeln vor einiger Zeit, schon drei oder vier oder länger sogar noch her, in Kroatien. Und da haben wir irgendwie angelegt an so einer einsamen Bucht und sind dann mit dem Dingy, also mit diesem kleinen Schiff, mit dem kleinen Boot, mit dem kleinen Schlauchboot sind wir alle an Land gefahren. Und weil irgendwie mussten wir alle mal auf Toilette und wir wollten nicht, wenn du vor Anker liegst, dann machst du das halt nicht auf der Bordtoilette von dem Boot, sondern gehst halt irgendwie in die freie Natur. Ja, weil wenn du da noch baden willst und so weiter, dann schwimmt in der Bucht das Zeug rum, was du da ablässt sozusagen. Ja, oh ja. Weil es gibt keinen Fäkalientank auf dem Boot, sondern das wird halt in die große weiße Natur reingespült. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann sozusagen mit Spaten so raus. Das war das erste Mal für mich in der freien Wildbahn sozusagen. Und dann hat mir mein Kumpel Kent gesagt, Pass auf, Jens, Tipp für dich. Und das ist wirklich wichtig. Wenn du jetzt dich hier irgendwo hinhockst, eine Kuhle gräbst und da dein Geschäft machst, zieh die komplett aus. Weil nachher kommst du ins Straucheln oder was weiß ich und fällst über deine Sachen und so weiter und so fort. Und das ist ein guter Tipp, komplett die Hose auszuziehen und dann da sozusagen dein Geschäft zu erledigen. Ehrlich gesagt halte ich das nicht für einen guten Tipp. Weil wenn du einmal Boot gefahren bist auf der Mecklenburger Seenplatte und an einem dicht bewachsenen kleinen Birkenhain genau dieselbe Situation erlebst und dieser Birkenhain zufällig von Myriaden von Mückenvölkern bewohnt wird. Ja, das war er nicht. Dann bist du über jeden Quadratzentimeter dankbar, die nun nicht diesen Mücken präsentiert. Weil ich habe innerhalb von 20 Sekunden, ich glaube, ich habe noch nie so schnell und innerhalb von 20 Sekunden war ich fertig, aber hatte auch 12.000 Mückenstiche. Aber okay, du hast dann da gesessen und es war wirklich... Ja, es war ein Problem. Hattest du was zu lesen dabei? Nee, Quatsch. Aber das habe ich doch jetzt nicht so erzählt, dass das irgendwie eklig ist. Aber jetzt wird es richtig eklig. Ganz kurz. Ich versuche es so wenig unappetitlich wie möglich zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich mit meinem Papa Schwimmen lernen geübt, Schwimmen üben gelernt. Wie auch immer. Schwimmen gelernt, so. Und wir waren in so einem kleinen See in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage jetzt nicht wo. Und da war ich schwimmen. Und mein Papa hat das mit mir geübt. Und ich weiß, beim Schwimmen, wenn du zu Anfang lernst, gehst du viel unter und tauchst auf und gehst unter und tauchst auf. und irgendwann bin ich aufgetaucht und direkt vor meiner Nase. Oh, das ist ja widerlich. Und das war wirklich unappetitlich. Und ich bin raus aus dem Wasser und ich bin nie wieder in diesen See. Und wann immer es dann später hieß, Mensch, lass uns doch mal zum See fahren und dann fahren. Und da habe ich gesagt, nee. Verstehe ich. Nee, weil ich dachte, das ist eine öffentliche Toilette, Leute. Aber ich weiß nicht, ist das denn aus Versehen passiert? Egal, es ist jetzt ein bisschen sehr unappetitlich. Was für eine Folge von War noch was? Die Woche mit Kulag und Hadlern. Alter Schwede. Komm, schnell weiter. Ja. Und da sind wir auch schon beim Mittwoch. Das geht ja hier. Wahnsinn. Der Mittelfinger Mittwoch. Warst du alleine? Da war ich alleine und ich dachte mir, ich kläre da mal was. Also, der Mittelfinger Mittwoch Song. Für alle, die es nicht wissen, wir haben bei uns in unserer kleinen Familienshow Morningshow mit Kulag und Hadlern den Mittwoch etabliert. Das ist ein Tag, an dem irgendwas schief geht. Das haben wir festgestellt und unsere Angel-Hörer, unsere Community schickt uns jeden Mittwoch Geschichten von Missgeschicken. Und aus diesen Missgeschicken mache ich dann einen Song und jede Woche in einer anderen Version. Und du warst nicht da, ich war alleine und unsere Kolleginnen hier bei uns im Team, die Ronja und die Jenny haben sich eine Version gewünscht. Oh, was denn? Die All-By-Myself-Version. Du erinnerst dich, das ist ein Song aus den 70ern, vielleicht aus dem Jahr 75, hat Celine Dion irgendwann mal gemacht. Geiler Song. All-By-Myself. So, und es gab wahnsinnig viel Feedback. Die Leute haben den Song geliebt, die fanden das total cool und haben immer gesagt, Mensch, Kulago, wow, du kannst ja toll singen, es klang ja so toll und wow, wir wussten das gar nicht, dass du so toll singen kannst. Deswegen möchte ich jetzt ein für alle mal die Hosen runterlassen und mal Credits rausschicken an Dennis, unseren Produzenten. Weil es ist so, ich kriege einen Text, beziehungsweise wir machen aus den Zuschriften, aus den Mails, aus den Nachrichten machen wir den Text und dann singe ich den ein und dann geht dieser Song nochmal durch die magischen Hände von Dennis, von unserem Produzenten. Und Dennis sagt ja immer, ja, so ein Studiopult, so ein Mischpult funktioniert nicht wie ein Klärwerk, da kann man keine Scheiße reinmachen und vorne kommt klares Wasser raus. Doch, scheinbar schon. Denn ich spiele euch jetzt mal das vor, was am Ende rauskam hinten, der Mittelfinger-Mittwoch-Song. So klang der, so lief der im Radio. Achtung, geht los. Das bin ich jetzt hier, pass auf. Oh nein, das nervt. Wow. Traut dem Tag nie, Bobby, der nervt. Der Mittwoch. Geil. Oh nein, der nervt. Ich war auch schon richtig stolz auf mich, muss ich sagen. Das ist ja wie Celine Dion. Traut dem Tag nie, ich mach demnächst auf so einen Celine Dion. Oh, ist das hoch. Lookaline und Soundalike Contest mit. Super. Und alle so, yeah, toll. Ja, wirklich toll. So, jetzt spiele ich euch mal vor, wie es klang, als ich es eingesungen habe. Das Rohmaterial. Also, das ist jetzt praktisch das, wie du es wirklich eingesungen hast und das, was wir gerade gehört haben, ist das, was Dennis draus gebaut hat. Das ist das, was Dennis draus gezaubert hat. Der Produzent, okay. Genau. Und jetzt, pass auf, so klingt es. Ich hab Angst. Achtung. Oh nein, das nervt. Trau dem Tag nie, mit dem Finger. Mäh. Da hört man schon, ganz schön Unterschied, finde ich. Ja, aber trotzdem hoch. Und jetzt, ich, also ich bin jetzt nicht so der Musiker, aber so, also es war ja jetzt auch nicht schief. Doch. War das schief? Ja. Also, ja, das doch, also wirklich. Aber da sieht man mal wieder, Radio ist Teamleistung, ne? Also. Radio ist Magie, Radio ist Zauberei. Das ist eine, das ist eine Magic Show. Und jetzt wirklich mal Hut ab, dass du das jetzt hier so offen erzählst. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Das ist die neue Ehrlichkeit hier. Und deswegen, das ist alles echt, aber es ist halt doch ein bisschen verzaubert. Das ist, als würdest du so ein Selfie machen bei Instagram und dann benutzt du doch so einen kleinen Filter. Ich meine, immer. Ja, siehst du, deswegen keiner, also keiner stellt sich in den Händen, macht das Foto und schickt es dann raus. Die allermeisten gehen ja doch nochmal rüber mit so einem Schönheitsfilter. Ja, klar, logisch. Das ist das hier auch. Hätten wir das mal geklärt. Aber du kannst ja, und das hat ja Dennis gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Mischpult ist ja kein Klärwerk. Also es ist schon, muss schon was Gutes reinkommen, um es noch besser zu machen, ne? Nee. Nee, nee. Also du würdest quasi, also den, das Wasser von dem, See, in dem ich schwimmen gelernt habe, das tust du da hinten rein und es kommt trinkbares, kristallklares, erfrischendes Wasser vorne raus. Und das hat er ja in diesem Fall geschafft. Ja, genau. Ja, aber das, was vorher reinkam, war ja nicht schön. So schlimm fand ich es jetzt nicht. Also das, was du als zweites vorgeschmiert hast. also. Aber gut, okay. Aber es hat mir jetzt natürlich auch eine kleine Illusion geraubt. Dann werde ich jetzt demnächst immer sagen, wenn mir der Mittelfinger Mittwoch-Song gefällt, das hat Dennis ja gut gemacht. Ja, ja genau. Jetzt kriegt ihr euch ein, das hat der Kulage gar nicht so gut gemacht. Das war alles Dennis. Ja, ansonsten habe ich am Dienstag noch eine schreckliche Meldung. Süßigkeiten werden knapp. Ja, durch den Krieg in der Ukraine werden die Rohstoffe für Süßigkeiten auch langsam knapp. Und da habe ich die Geschichte von meinem Kumpel Christoph erzählt, der immer so gerne Gelee-Bananen isst. Und habe dann gesagt, naja, Christoph, irgendwie so, hamst du ein paar Gelee-Bananen, weil, weil, kannst du ruhig machen, außer dir isst die sowieso keiner. Das stimmt, die Hannah isst die auch. Genau. Und dann ging's los. Also da habe ich Nachrichten bekommen, sag mal, Kulage spinnst du total, Gelee-Bananen ist das Beste, das sind eine Delikatesse, ich könnte mich in Gelee-Bananen reinlegen, ich möchte gerne einen Anzug aus Gelee-Bananen tragen und ich möchte Gelee-Bananen heiraten, bitte nenn mich ab sofort Gelee-Bananen. Und ich dachte so, Gelee-Bananen sind scheinbar total unterschätzt. Isst du die? Magst du die? Nee, ist nicht meine Lieblingssüßigkeit. Also ich, ich mal so eine, also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch Hannas Lieblingssüßigkeit, weil sie genau weiß, dass ich ihr die nicht wegfutter. Und ich kann davon eine mal essen oder zwei, aber also wenn du da mehr von isst, wird mir glaube ich echt übel. Und deswegen, gut. Aber hat sie so Gelee-Bananen gehamstert oder sorgt sie sich um Gelee-Bananen-Verknappung? Nee, also sie hat das glaube ich bisher nicht gehört. Das werde ich ihr dann wahrscheinlich jetzt heute Nachmittag mal sagen. Oh Gott. Und ich fürchte, damit hast du dann wieder was angerichtet. Aber so Lieblingssüßigkeiten, also hast du eine Lieblingssüßigkeit, wo du genau sagst, das ist jetzt meine Lieblingssüßigkeit? Bei dir ist es doch... Nee, ich bin da einigermaßen... Doch, ich weiß was. Wahllos. Ja, es gibt was, dürfen wir jetzt aber nicht sagen. Diese kleinen, runden Dinger. Diese kleinen, runden Dinger, die ist eine Zeit lang mal in so einer Special Edition gehabt, in so einer hellblauen Packung. Außen knusprig, dann ein bisschen Schokolade, innen drin verschiedene kleinere Füllungen, manchmal eine Nuss, manchmal eine Erdnuss, manchmal sind die so eine... flüssig. Ja, wissen wir Bescheid. Das ist so... Oh ja, die sind brutal. Aber es gibt diese Spezial Edition jetzt nicht mehr, glaube ich zumindest. Seitdem bist du davon los? Seitdem bin ich ein bisschen auf Turkey. Also ich wache morgens mit Zittring hinten auf. Gott. Naja. Gut. Ja, sonst noch was am Mittwoch? Ja, ich habe eine Frage, weil ich habe am Mittwochabend angefangen mit einer neuen Serie und zwar mit Picard. Mhm. Was willst du wissen? Du bist ja der Star Trek Fan, ne? Ja. Das ist jetzt irgendwie... Da ist jetzt gerade eine neue Staffel draußen, richtig? Ja. Die zweite. Und ich glaube, mein Fehler war, dass ich jetzt mit der zweiten Staffel angefangen habe, weil ich habe nämlich nichts verstanden. Das ist ja generell so immer ein Problem, wenn man zu... Also ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an, habe dann nach der ersten Folge ausgemacht, habe gesagt, hat mir jetzt auch nichts gebracht. Wahrscheinlich musst du mit der ersten Staffel anfangen, um das zu verstehen. Eigentlich musst du mit der allerersten Folge Star Trek Next Generation anfangen. Och, Quatsch. Die ist in den, ich glaube, in den 80ern, 90ern gedreht worden. Ja, weil da sind so viele Verweise auf frühere Figuren, gerade in der zweiten Staffel. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Geht es ja um eine sehr wichtige Figur, die in den alten Folgen eine große Rolle gespielt hat. Chewbacca. Nee. Nee, das ist was anderes, das Harry Potter-Handland ist. Also das es Harry Potter ist. Nee, Herr der Ringe. Ja, okay. Alter, dann Spoiler nichts, ich fange einfach mit der ersten Staffel an. Bist du, also weil ich bin eigentlich nicht großer Star Trek-Fan, ehrlich gesagt. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe die zweite Staffel abgebrochen, weil ich fand sie nicht gut. Und das will was heißen, ich bin absoluter Trekkie und ich liebe Picard, also ich liebe diese Figur und ich liebe das Raumschiff und ich liebe dieses ganze Universum. aber die Staffel, die Serie, sorry, dass ich das sagen muss, ist nicht gut gemacht. Weil der ist ja gar nicht auf seinem Raumschiff, ne? Also der ist ja, also was ich jetzt gesehen habe ist, also das ist glaube ich auch kein Spoiler, der macht Wein. Das ist im Wein-Business. Ja, das ist aber, das ist aber früher schon so, in einigen Folgen, in einigen Filmen wird schon so, wird schon so gezeigt, dass er im Privatleben auf seinem Weingut lebt, in Frankreich und Wein anbaut. In so einigen Paralleluniversum-Szenen kommt das drin vor. Also das ist nicht neu und tatsächlich lebt er da jetzt, aber wird dann für Special Missionen dann nochmal zurückgeholt. Aber es ist alles so krude und irgendwie finde ich die Story auch so Hanebüchen und irgendwie, was die dann so. Okay, egal. Es ist wirklich keine Schande, dass du es ausgemacht hast. Ich habe sie auch abgebrochen. Aber ich hatte Anknüpfungsprobleme, um ehrlich zu sein. Ich habe es nicht verstanden, weil wahrscheinlich man die erste Staffel dazu hat sehen müssen. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ja gut, dann mache ich das mal. Du, fang ganz vorne an. Ganz, ganz vorne. Die gibt es jetzt wieder, die Serien kann man jetzt irgendwo, glaube ich, wieder gucken. Ja, aber ohne mich. Yes, come on. Donnerstag. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Zu was? Celina Gomez war vier Jahre lang nicht im Internet, hat sie gesagt. Also die hat natürlich Social Media Kanäle, die macht sie aber nicht selber und guckt da selber nicht rein. Vier Jahre lang Digital Detox. Sie sagt, ihr geht es damit viel besser. So, ich finde es krass. Ich finde es echt krass. Also, ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen. Die hat ja dann auch keine Mail gelesen oder geschrieben, ne? Ja, das ist, das frage ich mich dann, ne? Weil ich frage mich, ist ein Leben ohne Internet heutzutage überhaupt noch möglich? Weil es ist doch alles übers Internet organisiert. Also, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr kleinlich, aber EC-Karte, Kreditkarte, Ja gut, das meint sie damit nicht, glaube ich. Sondern eher so im Internet surfen oder Social Media und so. Das meint sie, glaube ich, mit vier Jahren nicht. Aber, also. Krass, also nicht mal nicht mal das Wetter googeln oder den nächsten Urlaubsort oder. Wenn wir pingelig sind, nicht. Ne, ne? Ne. Also. Aber die hat ja Leute, für die das alles machen. Ach so, das heißt, das ist dann so wie Alexa, dass sie dann sagt irgendwie so, Johnny, oder Alexa. Die heißt auch Alexa. Alexa. Und dann kommt so eine Assistente mit so einem Blog und dann sagt sie, könntest du bitte mal googeln, wie die aktuelle Temperatur gerade hier bei uns ist. Und dann googelt sie, kommt sie aus dem Nachbarzimmer zurück und sagt, ja, Google sagt 9 Grad. Ja, genau. Und dann sagen, ey, ich war vier Jahre nicht im Internet. Ja, geil. Wenn du dir nicht jemanden leisten kannst. Das wäre auch geil. Also stell dir vor, da ist wirklich jemand angestellt, der für dich diese ganzen lästigen Recherchesachen macht. Dieses ganze lästige im Internet rumsurfen. Also der für dich dann auch bei TikTok, irgendwie stundenlang da Videos guckt und dann sagt, ja, heute habe ich wieder das geguckt. Da hat so ein Typ irgendwie einen Zaubertrick gemacht. Dann habe ich so einen kleinen Hund gesehen, der war sehr süß. Und dann sitzt Selina da und sagt, ah, okay, interessant, interessant. Aber das Schlimme ist doch, du wirst doch dabei dann total entlarvt, dass du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Also es geht mir immer so, also wenn man so Themen sucht, über die man so quatschen kann, zum Beispiel das Wetter, dann guckst du vorher kurz in die App und sagst, okay, 26 Grad die nächsten Tage, was weiß ich, jetzt soll es ja nächste Woche schön werden. 26 Grad. Nee, 26 nicht. Quatsch, aber 20 oder 19. Such dir mal eine neue App. Du bist meine Wetter-App. Genau. Genau, Adlant ruft mich in Zukunft immer an. Warte mal, Kuhlage, wie kalt ist es jetzt gerade bei mir vor der Hauswehr? Warte, ich komme kurz vorbei mit meinem Thermometer und lässt das. Oder hast du das nicht auch schon mal so gemacht auf Partys, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, dass du irgendwann mal kurz zur Seite gegangen bist und irgendwas gegoogelt hast, damit du da irgendwie noch was Schlaues zu sagen kannst? Natürlich. Ja, eben. Und dann bist du, also wenn du dann eine Assistentin hast, wo du dann sagst, check einmal ganz kurz Wirtschaftspsychologie, was das genau ist. Dann ist es ja entlarvend, weil die weiß genau, wie doof du eigentlich bist. Oder, wenn du mal kein Datenvolumen, das hatte ich neulich, im letzten Monat, hatte ich kein Datenvolumen mehr die letzten zwei Tage, da bist du aufgeschmissen ohne das Navi. Ohne Scheiß. Selbst in Hamburg. Und selbst, obwohl ich hier schon seit ein paar Jahren lebe. also sehr vielen Jahren. Ja, gut, egal. Oh Gott, das ist auch wirklich irgendwie die nervigste Meldung auf dem Handy. Ihr Datenvolumen ist zu 80% aufgebraucht. kriegst du das auch immer? Ja, nicht immer, aber es passiert schon manchmal. Und dann kann man ja so einen Pass nachbuchen. Bei mir bucht er automatisch nach, aber das hat irgendwie letztes Mal nicht funktioniert. Und deswegen hatte ich dann überhaupt gar kein Datenvolumen und dann funktionierte nichts mehr. Ich habe keine Mails mehr gekriegt, nichts. Du hast dich voll gedetoxt. Voll Selina Gomez. Keine Mails, keine Anrufe, keiner kontaktiert dich. Also bei mir eigentlich alles wie immer. Ja, spannend. Also ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich meine, das ist auch mittlerweile, finde ich, früher war das noch so, oh, ohne das Internet. Wow, cool. Wow, Mensch, dass man das durchzieht, sollten wir alle mal machen. Aber ich finde, mittlerweile ist das Internet sowas wie Strom, wie fließend Wasser, das ist doch nicht mehr. Niemand würde sagen, oh Mensch, der Herr Adland, der hat jetzt vier Jahre auf fließend Wasser verzichtet. Respekt. Oder Mensch, der Herr Kuhlage, der benutzt seit vier Jahren keinen Strom mehr. Toll, sollte ich auch mal machen. Ich denke, was will man eigentlich sich selbst und anderen Menschen damit beweisen? Ja, obwohl so ein bisschen Detox machen, so Social Media Detox ist doch auch schon mal zwischendurch. Das ist was anderes, finde ich. So, das ist was anderes, aber so, dass das Internet, das ist einfach so ein wichtiges, ich finde fast schon unverzichtbares Hilfsmittel heutzutage. Das ist Teil unserer Zivilisation, die uns das Leben nicht nur leichter macht, sondern mittlerweile auch fast schon fast schon nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Mir hat das Internet am Donnerstag auch noch den Arsch gerettet, weil ich habe mir nämlich vorgenommen, unseren Backofen mal sauber zu machen. Ah. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also mir ging es hauptsächlich um die Backbleche. Okay, und das, hat dein Backofen Internetanschluss? Nein, aber mein Handy hat einen Internetanschluss und ich habe gegoogelt, wie kriege ich diese scheiß Backbleche sauber. Da gibt es so verschiedene Tricks mit Natron. Was denn, kennst du das? Ja, es ist einfach Natronlösung, selber machen, also Natron da drauf packen oder Backpulver oder was weiß ich. Und alle Tutorials endet, genau, es endet immer mit dem Satz, ihr glaubt gar nicht, wie einfach das war. Ja, geht nicht. Einfach abspülen, fertig. Schwachsinn. Und du spülst und spülst und spülst und spülst. Absoluter Schwachsinn. Das Backbleche, Backbleche sind so konzipiert, die benutzt du zweimal und dann sind sie für immer dreckig. Du kriegst es nicht mehr sauber. Genau, aber darüber macht keiner irgendein scheiß Internet. Ja. Ja, und ich hab da gesessen, hab das alles ausprobiert. Ich hab da ein Backofenspray, das der in den Ofen auf 200 Grad hochgeballert. Funktioniert alles nicht. Ende der Geschichte. Ich hab im Internet neue Backbleche bestellt. Ernsthaft? Ja. Ach so schlimm sahen die dann aus? Ja, die waren, ich finde ja, also wir haben den Backofen jetzt glaube ich seit acht oder neun Jahren und dann das Ich finde das ja wenn die eigenen Bleche so schmutzig sind, finde ich es gar nicht so schlimm, weil, weil ich sag mal so, an den Backergebnissen endet es ja, endet es ja nichts. Ich fände es nur eklig, wenn du, wenn du solche Bleche von deinem Vormieter übernimmst. Ja. Das finde ich unangenehm. Ja, das stimmt. Oder wenn du sie überlässt, wenn du irgendwann aus der Wohnung ausziehst. Ja. Aber tatsächlich, so Backbleche sind, das muss man mal erfinden. Na gut, es gibt ja Backpapier, damit das da alles nicht reinfettet oder vollfettet, aber. Trotzdem. Backofen reinigen ist wirklich auch ein Job für Leute, die Mutter und Vater erschlagen haben. Das ist einfach, das magst du nicht gerne tun. Das ist so. Und dann hast du überall diese Löcher, dann holst du die Gitter links und rechts raus. Dann hast du hinten so diesen Ventilator für die Umluft oder was weiß ich was. Und dann denke ich immer so, wenn du da jetzt ein bisschen mit dem Natron reinkommst oder mit diesem Spülmittel oder so, dann schmeckt von nun an alles, was du darin zubereitest, nach Natron oder Spülmittel. Das habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwelche Aromaprobleme macht, aber ich glaube, wenn du den nochmal auf 200 Grad hoch ballerst, das ist ja dann wie beim Grill, den du dann auch sauber brennst. Kryolyse oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und das Ende vom Lied nach ungefähr anderthalb Stunden putzen und schrubben und mit. Ich habe ja alles genommen. Ich habe so einen Topfreiniger, versucht mit einem Topfreiniger, mit einem Ceranfeldschaber, habe ich versucht. Geht alles nicht. neu bestellt. 19 Euro. Du musst, wenn es nicht, also Geheimtipp ist TNT. Wegsprengen. Genau. Viertel Pfund rein. Gut. Ja, das mit den Backöfen, das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Darüber schweigen sie alle wieder. Weißt du, das wird totgeschwiegen in diesem Land. Danke Merkel. Was macht ihr eigentlich in eurem Podcast so? Ja, wir reden so über Sachen, die wirklich die Woche passiert sind, die wir mal so reflektieren und Backöfen sauber machen zum Beispiel. Yes. Ansonsten noch was am Donnerstag? Ja, bei mir war Backofen. Ach so. Ansonsten, das war's. Nö. Lass uns über den Freitag reden. Kommt. Freitag, das ist ja dann heute, ne? Ach ja. Was hast du da? Ich hab mit meinem Kumpel Didi nochmal gesprochen. Didi ist ein Freund von mir, der ist jetzt in China. Das muss ich unbedingt erzählen, weil, wenn wir in Deutschland über Corona-Maßnahmen reden und darüber streiten, ob es sinnvoll ist, eine Maske im Supermarkt oder im Restaurant zu tragen oder sich die Hände zu desinfizieren, dann ist es manchmal wirklich erhellend, nach China zu gucken. Didi hat mir geschrieben, dass der 14 Tage lang in Quarantäne im Hotelzimmer nach wie vor bleiben muss. Wo ist der in Shanghai oder wo ist der? In Tsingdao heißt das, glaube ich. Kannst du mir jetzt auch sagen, was du willst, ne? Nee, nee, das ist wirklich. Es heißt irgendwie, es heißt Tsingdao, Leute, die in Asien waren, die kennen das vom Bier. Es gibt ein berühmtes Bier, das kommt aus Tsingtao. Und da ist er und von da aus reist er dann weiter. Und er muss in seinem Hotelzimmer bleiben, 14 Tage lang, muss jeden Tag getestet werden, muss jeden Tag Fieber messen. Und der hat so ein bisschen dokumentiert, was da passiert. Da kommt jeden Tag einer, das hat er über den Türspiel und beobachtet, da kommt jeden Tag einer und desinfiziert von außen die Tür. Und die haben so... Warte mal ganz kurz, nur mal zum Setting, dass ich das verstehe, ne? Der arbeitet da? Ja, ja. Der hat da einen Job. Der ist Professor und arbeitet, kennt sich in China ganz gut aus. Was hast du denn für ein Freundeskreis? Ja, da guckst du, ne? Gegensätze ziehen sich an, ne? Gut, okay. Erzähl. Sorry. Ja, der reist viel in der Weltgeschichte rum und ist oft gebucht und ist jetzt in China und kennt sich da ganz gut aus und ist häufiger mal da und jetzt eben da und muss halt in Quarantäne sein. Also kommt jeden Tag so ein Typ mit so einem, wie in so Katastrophenfilmen, wie in so Outbreak. Der hat so einen Ganzkörperanzug an und eine Maske vor dem Gesicht und eine Schutzbrille und der desinfiziert von außen die Tür. Dann kommt jeden Tag morgens einer, klopft an die Tür um sieben und stellt dann das Frühstück hin, damit Didi weiß, Frühstück ist da. Didi hat aber keinen Bock wach zu werden, sondern wollte weiterschlafen und hat dann das Schild bitte nicht stören von außen an die Tür gemacht im Hotel. Und er hört morgens im Halbschlaf, wie der Typ kommt, zieht das Schild und der geht dann weg und Didi dachte sich, oh geil, jetzt kann ich weiterschlafen und so, die haben Rücksicht darauf genommen und haben ihm das Frühstück hingestellt und nicht an der Tür geklopft. Dann klingelt fünf Minuten später sein Telefon. Ja, guten Morgen, das Frühstück ist jetzt vor ihrer Tür. Wir wollten sie nur darüber entfangen. Nicht dein Ernst. Ja. Das ist aber Dienst am Gast, muss ich sagen. Aber krass, ne? Bitte nicht stören. Ja. Ja und wie lange, also der ist da eingereist und musste dann 14 Tage in Quarantäen. Ist immer noch, ist immer noch in Quarantäen. Ja, weil er eingereist ist oder weil das da ein Lockdown ist oder wie? Ich weiß es nicht so genau, aber die haben da scheinbar noch sehr, sehr strenge Corona-Verordnungen und Corona-Maßnahmen. Das ist ja auch scheiße. Willst du da hin zum Arbeiten irgendwie und musst dann erst mal 14 Tage in deinem Hotelzimmer sitzen? Ja, ja. Aber gut, das ist natürlich vorher geplant. Also das ist alles mit eingepreist da. Für einen Tag arbeiten und dann fährt er wieder nach Hause, ne? Oder was? Geil, was hast du gemacht? Ich war insgesamt 15 Tage in China und hast du viel gesehen? Nein. Ja, gut. Ansonsten, was hast du noch am Donnerstag? Ja, du hast ja heute Morgen eine ganz tolle Zahl hier präsentiert und zwar, dass wir in Deutschland alle mehr Kaffee trinken. Der Kaffeekonsum ist also gestiegen. Das hat der Deutsche Kaffeeverband mitgeteilt. Das ist so, was es gibt, ne? Wahnsinn. So, 169 Liter Kaffee im Jahr. Jeder von uns. So, wie viel passt in so einen Kaffeebecher? 0,2 ungefähr, ne? Ja. Also sind das fünf Becher pro Liter. Er gibt 845 Becher Kaffee im Jahr. Ich bin froh, dass ich eine Geschirrspülmaschine habe. 845 Becher. Das heißt also fast drei am Tag. Zwei bis drei Becher am Tag. Ja. Ungefähr. Ungefähr. Das kommt bei mir locker hin. Nee. Nee, bei dir nicht? Nee. Ich trinke eine Tasse am Tag. Ernsthaft? Ja. Also vielleicht am Wochenende mal eine zweite, aber... Nee, ich trinke viel mehr. Ich trinke locker, so. Wollen wir das mal aus? Nee, das rechne ich jetzt nicht aus. Nee. Ich glaube, ich bin bei 846 Becher Kaffee im Jahr. Kaffee. Ich habe mich immer gefragt, wer eigentlich irgendwann auf die Idee gekommen ist, Kaffee zu trinken. Weil, vielleicht erinnerst du dich als Kind, wenn Erwachsene Kaffee getrunken haben, hat man ja selber mal vielleicht probiert oder so. Man wusste auf jeden Fall, Kaffee ist schwarz, Kaffee ist bitter, Kaffee ist eklig. Warum trinken die das? Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir immer geschworen als Kind, das wirst du niemals trinken. Warum solltest du dir dieses bittere, ekelhafte Getränk reinwürgen? Das schmeckt doch nicht. Gib mir Fanta. Oder eine andere Brause. Cola, Sprite, was gibt es noch? Bluna. Almdudler. Almdudler, so. Keine Werbung, ne? Und jetzt trinke ich das selber. Und ich frage mich, wann das angefangen hat. Also war da irgendwann mal jemand, der hat diese Dinger gepflückt von einem Baum, dann sind die ihm zufällig ins Feuer gefallen, dann ist es geröstet worden und dann ist er draufgetreten, und dann war das auf einmal Pulver und dann hat er das in heißes Wasser getan und hat es getrunken und hat dann gesagt, boah, das schmeckt ja ekelhaft und die Zubereitung ist tierisch aufwendig. Lass uns ein ganz cooles Getränk daraus machen, das die ganze Welt erobert. Oder wie? Also auf diese Frage habe ich eine Antwort. Und zwar, ich weiß es nicht. Das dachte ich mir. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist doch sicherlich ein Getränk der Ureinwohner aus Papua, Neu, Guinea, Südamerika. Ob das stimmt, ist egal, klingt immer gut. Südamerika oder wo auch immer der Kaffee ursprünglich herkommt. Der Kaffee kommt ja auch aus Äthiopien. Also Afrika, was weiß ich. Keine Ahnung. Aber es ist ja so, wenn du anfängst mit Kaffee trinken, dann trinkst du es ja auch eher, weil du sagst, okay, jetzt gehöre ich ein bisschen zu den Großen, jetzt darf ich das. Und deswegen trinkst du auch, also die Leute, die anfangen mit Kaffee, trinken ja auch meistens Kaffee mit Milch und auch gesüßt, damit es nicht so bitter ist. Je älter du wirst, desto weniger Milch und je weniger Süße brauchst du. Ne, habe ich irgendwo mal gehört. Ich wollte gerade sagen, wir trinken doch auch jeden Morgen so einen leckeren, schönen Milchkaffee, so ein Cappuccino. Lecker deshalb, weil ich ihn zubereite. Ja, das stimmt. Aber es ist, also ich trinke ab und zu auch mal, ne, Kaffee schwarz kann ich noch nicht so richtig. Aber da warte ich nochmal fünf Jahre. Ein Espresso, ne? Ein Espresso. Ein Espresso mag ich schon gerne, aber der muss auch gesüßt sein. Aber ja, ich bin in gewisser Weise bei dir. Es ist halt so eine Art Erwachsenengetränk, ne? Mhm. Aber wenn du nur eine Tasse am Tag trinkst, dann hast du das ja gut im Griff. Ja, es soll halt was Besonderes bleiben, ne? Es ist wie Sport. So, okay. Sport, gutes Thema. Ich hätte noch was für Freitag. Na komm. Eine Frage an den norddeutschen Tiger Woods. Tiger Woods spielt jetzt wieder Golf. Wie finden wir das? Großartig. Was macht eigentlich dein Handicap? Hast du mittlerweile mal ein Turnier gespielt? Natürlich nicht. Aber du hast ja immer noch 54. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin wirklich sehr, sehr schlecht und ich werde auch niemals besser werden. Aber ich habe großen Spaß an dieser Geschichte. Und das, was da gerade in Orgasta passiert, es ist nichts mit Sexualität, sondern Orgasta heißt der Ort, das ist das Masters, ein wichtiges Golfturnier. Und Tiger Woods spielt wieder mit, nachdem er ein Jahr lang weg vom Fenster war. Der hatte ja einen schweren Unfall und lag im Bett wochenlang, monatelang und sein Bein war mehrfach gebrochen und es war sogar möglich, dass es amputiert werden muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es war nicht klar, ob der jemals wieder laufen wird können und geschweige denn Golf spielen können. Und jetzt steht er da und spielt und besser als fast alle anderen. Also er spielt richtig, richtig gut. Und ich meine, der Typ ist, ich glaube der reichste, der hat 700 Millionen Dollar erspielt oder mit Sponsorenverträgen, was weiß ich. Ist einer der reichsten, erfolgreichsten Golfspiele aller Zeiten. Für alle, die nicht Golf spielen oder das mit Golf nicht so haben, wie könnte man das vergleichen? Es ist vielleicht wie, es gibt niemanden so. Rihanna. Die hat aber noch mehr Geld. Die hat noch mehr Geld, das stimmt. Ja, also du willst doch damit sagen, dass es eigentlich nicht mehr muss. Oder was? Er muss es nicht mehr, aber er hat Bock drauf, er will das und seine Fans gucken ihm zu, sogar andere Spieler. Andere Spieler gucken ihm dabei zu, wie er spielt. Weil Golf ist ja ein Spiel gegen sich selber. Das hast du schön gesagt. Stimmt wirklich. Ich bin auch mein größter Gegner. Jetzt sag mal ganz ehrlich, wieso spielst du denn dann keine Turniere, um mal von diesem 54er-Handicap runterzukommen? Weil ich könnte nicht mal den Rasen mähen. So schlecht bin ich auf einem Turnier. Das glaube ich nicht. Du gehst doch mal 18 Loch, oder nicht? 18 Loch. Nein, also ich spiel da ab und zu mal so ein bisschen... Hast du einen Handschuh? Einen Golfhandschuh? Selbstverständlich. Ja, dann bist du doch... Rihanna, du hast doch Golfschuhe. Ja, aber nur weil ich mir einen Fußball kaufe, heißt das nicht, dass ich auf einmal Champions League spielen kann. Nee, aber du stehst doch auf der Driving Range und ballerst mit deinem Driver da die Dinger raus. Ja, aber wohin? Ja, ist doch scheißegal. Spiel doch mal ein blödes Turnier, damit du da von dieser 54 runterkommst. Ich schäme mich. Ich habe mit meinen beiden Schwagern mal gespielt, der hat mich so geschämt, weil ich habe so kacke gespielt und ich ärgere mich dann und reg mich dann auf und dann wird alles immer nur noch schlimmer. Du hast das falsche Mindset für den Sport. Das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch gelernt. Man muss jetzt alles über den Kopf regeln und deswegen habe ich jetzt so ein Buch gekauft oder habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und jetzt versuche ich erst mal, das über den Kopf zu lernen. Habe mir das unter mein Kopfkissen gelegt und jetzt gucke ich mal, was passiert. Außerdem... Erfahrungsgemäß aus der Schule kann ich dir sagen, dass Bücher unter Kopfkissen nichts bringen. Weiß nicht, man muss dran laufen. Das ist wie Homöopathie. Du musst dran laufen. Genau. Wer tut auch meinen Lehrer? Du hast doch auch mal früher gespielt. Ja, ja, das stimmt. Ich finde, Golf ist auch ein toller Sport, weil man eben so ein bisschen gegen sich selber spielt. Aber was ich richtig doof finde an Golf ist, dass das so scheiße zeitintensiv ist. Und deswegen habe ich damit auch... Naja, gut, wenn man so spielt wie du, dann dauert das natürlich nicht. Du suchst dir nicht die Bälle und so. Du musst halt nur in gewisser Weise... Also du musst halt mehrere Bälle vom gleichen Fabrikat mit der gleichen Nummer drauf haben. Dann ist das einfach. Bei mir ist es... Ganz ehrlich, pass auf, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Bei mir ist es ein guter Tag, wenn ich einen Ball verliere und in die Büsche gehe und ihn wieder finde oder einen anderen finde. Das ist ein guter Tag für mich. Also wenn ich mit genauso vielen Bällen nach Hause gehe, wie ich weggeballert habe. Und ich mache mir manchmal den Spaß und gehe einfach so ein bisschen nach Bällen suchen. Das ist wie Ostern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl in dir auslöst. Das machst du nicht. Doch, mache ich. Du fährst nicht auf den Golfplatz, um Bälle zu suchen. Nein, so natürlich nicht. Aber wenn ich da spiele und dann verliere ich einen und denke, da könnte er sein, dann suche ich den Moment und wenn ich sehe, es kommt keiner hinter mir und ich habe ein bisschen Zeit, dann suche ich einfach weiter, bis ich irgendeinen gefunden habe und du findest immer einen. Und dann bin ich happy, weil ich dann denke irgendwie, ja, ich bin auch geizig, weil das ist auch teuer. Scheiße, jetzt reden wir über Golfadenland. Das ist doch nicht wahr. So weit ist es schon. Tiger Woods ist wieder da. Das ist mal wirklich Zeit, hier den norddeutschen Tiger Woods mal ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Und du solltest mal ein paar Turniere spielen. Hör auf, mich unter Druck zu setzen. Dann spiel doch irgendwo ein Turnier, ohne irgendwen, den du kennst. Das ist doch scheißegal. Da schäme ich mich. Dann bist du in so einem Dreier-Flight irgendwie so, da kennst du keinen von denen und dann ist gut. Nein, du willst, warum, bitte bedräng mich nicht, Hadland. Ist dein Ding. Na gut. Aber um, ist es jetzt, ist es jetzt. Nee, mach mal, wie du willst. Ist dein Ding. Gut, haben wir es jetzt geklärt. Ich melde dich an jetzt. War sonst noch was? Nee. Na dann. War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland. Die neue Folge nächsten Freitag. Na, war da irgendetwas dabei, wo ihr sagen würdet, ja, Daumen hoch, das hat mich unterhalten. Oder war da vielleicht was dabei, wo ihr sagt, Daumen runter, das war totale Zeitverschwendung und ich bin richtig genervt. Lasst es uns wissen. Jede Meinung ist willkommen. Die guten Meinungen natürlich ein bisschen mehr willkommen als die negativen. Nein, alles. Schreibt uns mal. Über Instagram, Hadland und Kulage, wir zwei sind auf jeden Fall da zu finden. Oder schreibt uns auch mal eine schöne Bewertung. Gebt uns mal ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Und das würde uns wirklich freuen. So, wir sind dann nächste Woche wieder da. Natürlich in der Enjoy Morning Show und dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Und was jetzt kommt, das machen wir nicht oft, eigentlich nie. Aber ihr müsst uns mal bitte einen Gefallen tun. Und zwar unsere liebe Kollegin Anja Haufe ist nominiert für den Deutschen Podcast-Preis, für den Publikumspreis. Und zwar mit ihrem Podcast Partei-Hopping. Habt ihr vielleicht gehört, da hat sie sich durch Wahlprogramme durchgearbeitet und uns die einzelnen Parteien präsentiert. Das war sehr hilfreich. Und ihr könnt dafür sorgen, dass sie diesen Podcast-Preis bekommt. Hätte sie verdient, finden wir. Also votet einfach mal. Den Link zum Vote findet ihr auf unserer Seite auf n-joy.de. Wie gesagt, machen wir nicht oft. Ist uns ein Anliegen. Ihr seid die beste Community ever. Danke für euren Support. Vielen Dank. Vielen Dank.